Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel Voice of the Deep. Ja, was machen wir heute? Erstmal, ich glaube, ähm, in der gestrigen Folge, glaube ich, äh, die Lautstärke meiner Stimme, glaube ich, ist wieder okay. Denke ich, es geht so. Nanu, nanu. Was hat denn der hier drin? Das brauchen wir, das brauchen wir. Gut, ja, was machen wir heute? Das ist die Frage. Das komische Ding ist immer, Lothar. Naja, ist egal. Was, was, was machen wir? Warte mal, echt wird ja... Den braunen, oder, oder, oder doch, äh. Wo ist denn das Ding hin hier? Zyklop. Ah, wir brauchen, genau. Das brauchen wir. Und da würde ich sagen, um da gar nicht großartig lange zu suchen, ähm, und die braunen, warte mal, was braucht der? Das wäre mal Plaststatter, sondern zweimal kristallines Aluminiumoxid. Und das haben wir ja, glaube ich, auch schon nicht mehr. Aero-Gel brauchen wir auch noch. Was war das? Äh, Alarm. Ich glaube, da brauchen wir auch mal Gelsack, ne? Der zeigt er mir auch noch gar nicht an, weil ich das noch nicht hab. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen suchen. Ähm, wie gesagt, wir brauchen ja eigentlich die Zähne. Eigentlich müsste ich mir so ein Aquarium bauen. Ähm, wo ist wohin? Eigentlich da drüben wäre das ganz gut, denke ich. Vielleicht. Ich könnte ja auch erstmal hier die Räume rüberbauen. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Da drüben ist nichts dran an der Wand, ne? Weil ich ja, das hatte ich ja extra freigelassen, genau. Pass mal auf. Gib mal her hier. Was, was habe ich hier noch an Metall drin? Ah ja, ein bisschen. Sechse ist ein Raum. Und die Gänge machen wir noch. Dann brauchen wir trotzdem. Ja. Oh ja, da müssen wir dann nochmal los. Aber wir bauen erstmal schnell. Gucken, wie, wie wir da hinkommen. Boah, auf alle Fälle sind es ein oder zwei Gänge da drüben. Eigentlich einer, ne? Ich hoffe. Die nehmen wir dann irgendwann wieder raus und machen sie halt aus Glas. Aber es geht mir jetzt erstmal darum. Zu gucken, wie, wie wir hier kommen. Darüber war auch noch ein Gang, ne? Ja. Könnte ich doch jetzt hier einfach den Raum ranklatschen? So, halt, geh da hin. Kann ich jetzt hier zumachen? Eigentlich ja. Hoffe ich. Bitte, bitte. Jawoll. Cool. Ups. Na ja, geht doch. Was habe ich noch? Könnte noch einen ransetzen. Ehe nach oben und ehe nach unten vielleicht sogar. Warte mal. Machen wir den gleich hier ran. Weil ich möchte schon wieder über mehrere, mehrere Etagen das Aquarium haben. Aber ich möchte es diesmal, dass ich mitten im Raum reingehe. Nicht wie, sonst habe ich es ja immer so gemacht, dass ich dann extra raus muss dann rein. Und weil ich das halt immer, diese Glasfläche auf dem Boden haben wollte, damit ich da zum Beispiel mein Bett oder auch so draufstellen kann. Aber brauchen wir nicht. Wir werden uns diesmal drüben in unserem Raum da vielleicht ein kleines Aquarium oder so noch reinstellen. Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, dass man den Plunder hier raus und dann ist das Quarz sammeln, wie ein verrückter. Ja, ich müsste mir wirklich den Anzug bauen, dann könnte ich die großen Ressourcen abmasteln. Warte mal, nochmal hier runter. Und schmeißen wir das Wasser hier noch schnell rein. Wenn ich noch Platz habe da drin. Ja. Das bleibt bei mir. Na, lass mich durch. Wir nehmen uns die Motte und fangen an Quarz zu sammeln. Ich könnte hier aber auch schnell mal gucken hochkopfarlich ein paar Pyrscherzähne gleich finden. Wir müssen aber Pyrscher irgendwo sein, um die zu haben. Ja, wenn ich nicht, wie ich sagte, mache ich mir Aquarium. Suchen wir ein paar Eier, schmeißen die da rein. Und dann machen wir selber Pyrscherzahnproduktion. Gut, komm, wir sammeln ein Glas. Äh, Insel 2. Insel 1. Halt. Ich muss nochmal gucken. Bleib mal ruhig, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig, Kollege. Wo ist er denn hin? Über mir. Hast du Schrottbeier? Nee, warum nicht? Dann kannst du auch viele Zähne verlieren. Egal, komm. Egal, was ist mit dem hier? Aufgrund gelogen, wa? Da ist ein Mottenteil, brauchen wir nicht. Wo finde ich am besten Quarz? Eigentlich doch... Da drüben irgendwo, ne? Ich glaube, beim Granbrief, bei da oben, da müsste sowas eigentlich in Hölle und Fülle rumhängen. Nein, ich glaube, es wird wirklich Zeit, den Anzug zu bauen. Was, 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 ach so, das ist Lithium, ne? Was liegt denn da rum? Was ist denn hier los? Energieklage, Zellenladestationen, liegt hier einfach so rum. Ich will Quarz, naja, naja, ich will die Taschen voll, wenn ich Quarz finde, dann kann ich nicht mehr, guck mal da, ey, scheiße. Und andere Ressourcen hier alles voll. Ja, man wollte wirklich den Anzug, weil sie hier liegt, das andere, noch ein Teil davon rum. Ja, hier geht's ab. Ich war ja früher nicht mal so viel Quarz dran, sage mal. Ich seh's einfach nicht, weil ich mich ja zu schnell durch... Ja, hier, die fänden Ressourcen da, die ich nicht abbeißen kann. Hey, jetzt gibt's da ja auch nicht. Da ist er jetzt. Oh, oh, hab ich nicht gerade... Was ihr hört hier? Ne, ne? Quarz, 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 quarz. Aber jetzt müssen wir mal schnell machen hier, glaube ich. Die Motte wird auch wieder spitten. Äh, ich muss schnell her, und wieder rein. Oh, 500 Meter, ah, das sieht irgendwie schon anders aus. Ist das Quarz, oder? Ja. Haben wir doch ein Eckchen gefunden hier. Wie viel Brau' ich eigentlich für die Dinger da? Binnen-Medule, Binnen-Dings-Wirnz. Vier Glas pro Teil. Also acht Quarz für ein... Für ein Aquarium-Teil da. Für ein Alien-Container, oder wie er jetzt da ist. Naja, großes, begehbares Aquarium. Können wir das Mötchen holen, und kommen wir mal wieder runter her. Wann, was bist du eigentlich? Warnisch, ne? Oh, da ist schon wieder Quarz. Gehen wir gleich hin. Ne, ist nix. Ist nix, 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 nix. Motte, da. Da unten ist es noch her, aber wir holen uns mal die Motte und fahren mal ein Stück runter. Wie viel reicht das jetzt schon? Hey! Zwei, vier, sechs, acht, zehn, oh. Das erste Stück hätten wir fertig. Ah, Blut? Genau, da werden wir, wie ist das, Ehle mitnehmen, dass wir die anpflanzen können. Das hier, Uranitra. Ja. Komm, das holen wir mal schnell. Bevor ich wieder keinen Platz mehr habe. Aber gut, ich hab ja noch den Koffer rum. Dieses ökologische Biom erfüllt sieben von neun Voraussetzungen, um Menschen in Schrecken zu füßen. Haha, sind bis Barschgeigen. So, guck mal her, scannen. Blut, danke. Hallo, komm, zieh durch. Könnten wir uns nämlich auch den verstärkten Tauchanzug machen? Wenn ich den schon nicht scannt habe, aber ich glaube schon. Alter. Komm, guck mal noch eine her, dann kann ich nämlich gleich zwei Pflanzen machen. Die schmeißen wir schnell in den Koffer rum. Äh, Motty, Mot, Mot. Du kommst nicht, warum reich ich die so weit da oben wieder geparkt? Kann doch runterfahren damit. Äh, Koffer rum, da. Stopp. Na! Mach mal eins an, hier. Hab ich hier nicht so'n, so'n... Scheiß Warpa gehört, oder mal? Mach mal nicht hier. Ja, kann schon sein, dass die hier irgendwo rumroschen. So, Quarz. Die alte Mist-Sau. Den Pumaschinen da drüben. Ich wüsste, ob dem Strom stört. Würde ich eh ne geben. Hier ist noch so'n viel, ey. Hau'n, wo ist er hin? Hat er sich wieder weggebeamt, oder? Ja, ja. Eins. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah! Boah! Wäre ein Screenshot, wäre die Wesen. Hau'n, wie er sich so verpisst hat. Da hab ich noch Platz. Sechs Stück könnte ich noch mitnehmen. Na, ist er wieder. Uhuhu. Der ist sauer jetzt bestimmt. Komm, 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 komm. Ich hoffe, ich hab'n brauchbaren bei, ey. Was war hier oben, warte, Mann. Kannst du mal hier nochmal kloppen? Was gibt's denn hier eigentlich? Bisschen Gold oder so, ne? Ja. So, hier ist nochmal Quarz. Hopp, hopp. Halt. Da. Da ist er schon wieder. Kollege, du lernst nicht dazu, wa? Vollen, die sind, äh, berücksichtig gewesen, ne? Wenn ich richtig geguckt hab. Kommt der hinterher? Hoffen wir nicht. Hier ist noch ein bisschen Quarz, was ich brauch. Vollen, bei dem musst du ja wirklich aufpassen. Die machen dich ja sofort kalt. Ob wir sind ja bei jeden oder zwei Dinger und du bist weg vom Fenster. Das hatte ich ja damals unten in dem, im, im, im Lava-Bion beim, der Dings, den, den bin ich im Kommen hier. Dem, dem, wie heißt er denn? Äh, den Sea Dragon. Komm, wir haben da noch ein bisschen Platz hier in der, in der Modelle. Das, das Quarz nehmen wir mit alles. Da gibt's nischt. Das ist ja Quatsch. Ja, man muss sich einfach hier zu lassen. War's noch was? Ah, ist noch was? Na? Alles gut, oder? Ja, das mit dem, mit dem Blutel, das hatte mir ja auch hier. Ich weiß nicht, wie oft schon der, wer ist da? Andreas Kloppe? Gesagt. Und innen mehr hab ich's vergessen. Nur zwei oder drei Mal hat er mir schon den Hinweis gegeben. Nimm doch das mit. Welcome aboard, Captain. Ah, hier wäre ich geschrieben, äh, man sieht dann man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, nach Hause. Wo ist nach Hause? Da ist nach Hause. Schön. Können wir ein Aquarium bauen. Dann suchen wir uns, wie gesagt, ähm, ein paar Eierchen von der Pursche. Dann sollen die wachsen. In der Zwischenzeit können wir schon wieder Ressourcen sammeln für, wie gesagt, für den Anzug oder für, ähm, den Zykloppen. Für den Zykloppen, irgendwie brauchen wir ja, wie gesagt, das ist kristalline Aluminiumoxid, oder wie es hieß. Und da müssen wir nochmal da hin, wo wir gerade waren, irgendwo, ne? Ich glaube, das gab's da irgendwo. Oh, das ist da gerade. Oh, was ist die leuchtet? So, meine Base. Nicht doof. Ja, lass mich in Ruhe da hinten. Ich krieg's ja eh nachher, stromisiert. Welcome aboard, Captain. Ähm. 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 Ah, hier kommt das Aquarium rein, genau. Lass uns erstmal Glas machen. Abwissl. Natürlich wieder in die falsche Richtung laufen. Ich muss Schilder bauen. Sag ich jedes Mal und vergesse es jedes Mal. Warte mal, eins machen wir vorher noch. Warte mal, was hab ich jetzt hier unten jetzt dabei? D-d-d-d. Pass auf, ich mach ein Glas. Dann gehen wir draußen noch ein Beet machen. Da kommen dann... ...die Blut, äh, Blut, Blut dran. Oder wie sie das nennen. Aber da, die wär ich... ...mit die ja weitermachen. So, man weiß auch, warum vier Glas, glaube ich, pro Ding, ne? Machen wir wenigstens erstmal zweimal für die Räume. Wollen wir mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter, das ist gleich wieder alle. Sieben. Acht. Und dann noch zwei für die Türe, glaube ich, brauchen wir. Oder einmal. Warte mal, gucken wir gleich. Ähm. Große Bull, äh, äh, ehm. Wurde uns wie mal Titan. So, jetzt brauche ich nochmal Titan für dieses Beet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Nehmen wir mal vier einfach mit. So, machen wir hin hier, komm. Ich würde sagen, was setzen wir denn hier irgendwie rein. Also, ja, erstmal ein Fundament. Mal ein kleines Orient. Oh. Kann ich... Mano, 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 man. Ah, dann. Noch ein bisschen was. Ja. Mal das Quarz an der hier rein gleich. Brauch ich nicht mehr rumschleppen hier. So. So, äh, fünf. Könnte ich jetzt hier oben eine drunter sitzen? Bestimmt wieder nicht, ne? Doch, cool. Geil, geil, geil. Können wir schön machen. So, ähm, außen. Oh, ab du. Guck, mach mal so hin erstmal. So, jetzt brauche ich natürlich die Pflanzen. Äh, die Blutplop- Tropfen, Tropfen, oder weiß ich, wie man das nennt, da. Blutöl-Dinger da. Oh, auf. Und das nehmen wir auch gleich raus. Ich glaube, ich... ...doppelt laufen muss. So. Sehr schön. Wachsend und gedeiht. Warte mal, ich muss ja... ...eeh... ...äh, erstmal hier mir einen Raum... ...äh, ne... ...ne Luke machen. Damit ich in den unteren Raum hoch reinkomme. So. Ein. Ups. Aquarium. So. Kannst du gerade sagen, jetzt geht das nicht, oder was? Wat, 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 wat? Titan fehlt. Ich bin durch. Mann, ey. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung hier? Äh, äh, äh. Total verbuggt alles. Oh, ich hoffe, es reicht jetzt. Ich würd's ja am liebsten nochmal wegnehmen. Mach nochmal weg. So, jetzt ist es wieder weg. Gut. Jetzt machen wir uns wieder hin. Es spiegelt sich da drüben hin. Aber warum? Ah, jetzt ist es weg. Gut. Äh, ja. Auf. Kommst auch wieder ab. So. Jetzt ist es weg. Ja. Was war jetzt? Lesen wir gleich. Moment, Moment. Geh mal rein hier. Gibt sowieso noch einiges zu lesen, ne? Äh, ne. Erstmal den hier. Aquarien bieten eine ideale Gelegenheit, die fremde Tierwelt aus der Nähe zu studieren. Aber wähle mit Bedacht, welche Lebensform du mit an Bord bringst. Sie könnten eben so dich studieren. Diese, warte, warte, warte. Ja, das soll ich schon gelesen. Ach, die Datenbank habe ich noch nicht. Oh, das mach ich dann mal. Äh, warte mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hin. Und den Eingang? Machen wir erstmal hier vorne. Ist mir völlig egal. Erstmal ran. Cool. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir gleich noch, ähm, Viecher finden, wäre das natürlich super ideal, ne? Also, ah ja. Schon mal leer machen, alles hier. Ich glaube, ich müsste wirklich mal wieder, ähm, Ressourcen sammeln einfach. So, mal kurz. Halt. War das noch Dings hier? Diamant, ne. Ja, ein kristallines Ding kommt vor, um mal. Wir dottern jetzt schnell noch ins grüne Biom. Jetzt aufs Schlinklanden da und gucken, ob wir, ob wir was finden. Können wir das gleich hier? Ob wir jetzt finden, findet man wieder keine Eier, ne? Halt, 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 halt. Doch, 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 doch. Alles gut. Ich möchte aber eins oder zwei. Wenn ich jetzt noch ins finde hier, nehmen wir es gleich mit. Wenn nicht, dann bleibt das meins. Da liegt doch, was ich haben will. Moment, ich muss mal kurz hier Bescheid geben. Kann ich mal kurz, äh, äh, wo war denn das hier? F6. So. Haben wir hier noch mehr? Schnell mal nicht. Die brauchen mal, was war es gewesen für die, für die, für die, für den Zyklopen, ne? Ich glaube, ja, klar, für die, denke ich mal, ist die Dacht für die, für die, äh, Rundscheibe da und sowas. Sollte ja ein bisschen was aushalten. Ah, da, 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 da. Können wir die, mal gleich mal scannen hier, kommen. Na, hop, 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 hop. Jetzt hat man gerade das Glück ein paar zu finden, ey, jetzt will ich gar nicht mehr weg hier. Das ist doch ein Stück Dinge ins hier, ne? Ja, wie eine Fahrzeugstation? Hier ist was los. Aber es ist hier nicht ganz echt, hier warum liegen? Ey! Oh, 48 Leben, nur noch die Motte. Komm. Wo wollen sie hier noch zerschroten? Hau doch mal ab hier. So, schnell aufs Mönchchen reparieren. Da ist er. Willkommen aboord, Captain. Schönen guten Tag. So, jetzt kommt das Eichen da rein. Dann sind wir glücklich. Warte, warte. Da rein. Zack. Okay. Das liegt doch mal durch hier. So. Kann ich jetzt noch mal was in der Tasche hier hab? So ein bisschen gehören will ja. Kommt der... Moment, lad mich doch durch hier. Titan. Und Kupfer. Ist auch alles zurecht gegangen. Wie gesagt, ich glaub ich würde mal wieder eine Runde drehen und Ressourcen sammeln. Gut, jetzt sind wir am Ende einer Folge. Bei 26 Minuten. Passt super. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Oder beides. Ihr kennt das. Und Kommentare und Tipps, Ratschläge. Kritiken natürlich auch. Kein Problem. Tja. Das war ich einfach. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich kann mich auf auf so einen Ausoureitenen,